22. Juli 2001 Mutter Gottes Meine Kinder, die Liebesflamme meines Herzens bricht sich als gewaltige Gnadenausströmung ihrer Bahn zu euch. Es hängt von euch ab, wie ihr diese überströmende Gnade für euch und zum Wohl eurer Mitmenschen nutzt. 23. Betet und sühnt, damit möglichst viele Menschen ihr Herz für die Gnade der Reue und der Buse öffnen. 24. Reue ist der erste Schritt, den der Mensch auf Gott zu machen kann. 25. Es ist notwendig, dass der Mensch sich seiner eigenen Nichtigkeit eingesteht und erkennt, dass er vollkommen auf Gott und seine Gnade angewiesen ist. 25. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.